Helmut Hecker, das buddhistische Nirvana, Teil 1 Einführung Alle Religionen nennen dem Menschen ein höchstes Heilsziel, eine vollkommene Situation, ein summum bonum, als Inbegriff alles Guten und Wahren. Dieses höchste Gut nennen viele Religionen Gott. Er ist die vollkommene Person, das höchste Wesen. Zu ihm zu gelangen, sei das höchste Ziel des Menschen. Die Mystik der Religionen in ihrer tiefsten Form hingegen spricht nicht mehr von einer Person, sondern bezeichnet das Heil unpersönlich als ein Es. So nennt Lao Tse es das Tao, Plotin das Eine, Shankara, das Prachmann, Eckhart, den Gottesgrund. Zu diesem Zustand zu gelangen, derart wesentlich zu Wesen, zu sein, das sei das Höchste. Es liegt in der Natur der Sache, dass es nicht leicht ist, über das absolute Heil, das vom menschlichen Vermeinen sehr fern liegt, etwas auszusagen. Und wir sehen daher, wie die Mystiker mit den Worten ringen, um anderen ihre Erfahrungen zu beschreiben. Wenn schon vom Gott der Theologie und vom Gottesgrund der Mystik nur sehr schwer zu reden ist, so wächst diese Schwierigkeit noch beträchtlich, wenn man das buddhistische Heilsziel, das Nirvana, mit Worten auszudrücken versucht. Das Nirvana ist nicht persönlich und auch nicht unpersönlich. Es geht über beides noch hinaus. Wenn Augustinus sagt, was man von Gott spricht, ist nicht wahr. Und was man von ihm nicht spricht, das ist wahr. So kann dies ebenso gut vom Nirvana gelten. Das Sicherste und Gemäßeste wäre es deshalb, nur denjenigen über das Nirvana sprechen zu lassen, der es selber zuerst und am vollkommensten erfahren hat und beschreiben kann, nämlich den Buddha. Denn in den überlieferten Palitexten finden sich erheblich mehr Aussagen über das buddhistische Heilsziel, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Wenn man diese Aussagen zusammenstellt und geduldig auf sich wirken lässt, kann man die Gewissheit haben, soweit Worte reichen, am besten zum Verständnis des Nirvana zu gelangen. Hat man so einen ersten Hauch von dem geahnt, was der größte Kenner der menschlichen Heilssehnsucht vom vollkommenen Heile aussagt, dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Es zeigt sich dabei nicht selten, dass man über das dort mitgeteilte mancherlei Vorurteile besitzt, dass man durchaus nicht wie ein unbeschriebenes Blatt an diese Aussagen herangetreten ist. Bei deren Betrachtung ist es deshalb nützlich und notwendig, sich so gut wie möglich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die mancherlei Irrtümer, Vorurteile, Fehldeutungen und Missverständnisse zu bereinigen, die sich um das Phänomen Nirvana gesammelt haben. Die Sache selber erfordert die Behandlung von zwei großen Problemkreisen, von denen der eine mehr objektiven, der andere mehr subjektiven Charakter hat, nämlich eine Behandlung der Fragen, was das Nirvana an sich ist und was es jeweils für mich ist. Innerhalb der ersten Fragestellung ist wiederum zu unterscheiden zwischen den Aspekten einer Immanenz und einer Transzendenz des Nirvana. Bei der zweiten Frage ist zu behandeln, ob und inwieweit das Nirvana etwas mit Vernichtung oder Verewigung zu tun haben kann. So ergeben sich hauptsächlich vier Fragen, um die sich die Darstellung vor allem zu bemühen hat. Ist das Nirvana an sich immanent? Ist das Nirvana an sich transzendent? Ist das Nirvana für mich Vernichtung? Ist das Nirvana für mich Ewigkeit? Der Begriff des Nirvana Als die indische Geisteswelt in Europa Eingang fand, geschah es zunächst ausschließlich durch Sanskrit-Begriffe. Die entsprechenden Pali-Begriffe kamen erst sehr viel später zu uns. Bis dahin hatten sich die Sanskrit-Worte schon als Fachausdrücke eingebürgert, sodass wir noch heute Karma sagen statt Kama, Dharma statt Tama, Siddhartha statt Siddhata und entsprechend auch Nirvana statt Nibana. Die Sanskrit-Worte sind härter, aber eindeutiger. Das Pali ist weicher, aber verhüllter. Beider Verhältnis lässt sich etwa dem von Latein und Italienisch vergleichen. Für den Inder vor 2550 Jahren waren die abgeschliffenen Worte der Umgangssprache des Prakrit, zu dem auch das Pali im weiteren Sinne gehört, noch so transparent, dass die Bedeutung der gelehrten Sprache Sanskrit jeder Mann geläufig war. Heute ist Pali selber zu einer Totensprache geworden. Für uns, die wir sowohl räumlich als auch geistig weit von Indien entfernt sind, ist es nun einfacher, die wenigen bei uns eingebürgerten Sanskrit-Worte wegen ihrer größeren Deutlichkeit auch im Buddhismus zu benutzen, zumal die Pali-Form, Nibana, missverstanden werden kann. Deshalb soll hier immer von Nirvana statt von Nibana gesprochen werden. Nyanatilokas Übersetzung mit Nirvan wäre eigentlich am glücklichsten, doch hat sie sich nicht eingebürgert. Der Begriff Nirvana wird hauptsächlich von drei Wurzeln abgeleitet, nämlich VAR, FR, WAN und bedeutet dann nicht wehen, brennen, wünschen. Wie viele Pali-Worte, so scheint auch der Begriff Nibana die Aspekte verschiedener Sanskrit-Bedeutungen in sich zu vereinen, nämlich den mehr negativen Aspekt, ohne wehen, ohne brennen, unbewegt, erloschen, und den mehr positiv empfundenen Aspekt, wunschlos, ohne quälende Wünsche, wunschlos glücklich. Auch die Unbewegtheit, Windstille oder die Erlöschung, Ende des Brennens, haben schon positiven Charakter. Das Fortsein des Leidens, wehen, brennen, wünschen, ist eben das Dasein der Leidlosigkeit, des vollkommenen Wohles. Der Sinn von Nirwana Dass Nirwana Wunschlosigkeit ist, kann kaum deutlicher ausgedrückt werden, als in den folgenden beiden Definitionen, die der Pali-Kanon für Nirwana gibt. Auf die Frage, was ist Nirwana, wird nämlich in zwei Lehrreden geantwortet. Es ist die Versiegung von Gier, Hass und Irre. Es ist die Versiegung des Durstes. Wieso aber ist dies das Höchste aller Ziele, noch höher als Gott oder Gottesgrund? Wo Wünsche sind, da ist Unzufriedenheit, da drängt eine ruhestörende Kraft. In der Ruhe erhebt sich ein Riss, ein Loch, ein Mangel. Und ein Loch ist etwas Dunkles, etwas Hässliches. Es ist eine Störung der Einheit, ist eine aufgerissene Spaltung, ist Dualität. Das Loch des Wünschens entwirft einen Wünschenden und ein Gewünschtes, entwirft Subjekt und Objekt. Ich identifiziere mich mit dem Drängen, draußen aber, vor dem Loch des Wünschens, erscheint ein Ding, das das Dürsten aufzuheben verspricht. Darum erscheint das Gewünschte angenehm. Das ist Gier. Was aber nun dem Erlangen des Begehrten im Raum der Objekte im Wege steht, das wird weggewünscht. Man will etwas unternehmen, um das Hindernis der Wunscherfüllung zu beseitigen. Weil man das Angenehme heranziehen will, muss man das Unangenehme wegstoßen wollen. So gebiert die Gier den Hass. So gibt es wegen der Anziehung die Abstoßung. Doch durch Heranziehen des Angenehmen und Wegstoßen des Unangenehmen wird der Trieb nicht aufgehoben. Es scheint nur im Augenblick so, genau wie beim Essen. Nach der Mahlzeit bin ich satt, aber wie lange? Ganz ebenso ist es das Wesen des Triebes, nimmer satt zu sein. Die Wünsche sind ein Moloch, ein unersättliches Ungeheuer, ein Schlangenrachen, ein Abgrund. Und die Befriedigung ist wie Salzwasser. Der Durst wird davon nicht gestillt, sondern wird nur immer größer. Dies nicht zu wissen, ist Verblendung, irre. Wo aber Gier, Hass und Irre aufgehoben sind, da ist Versiegung des Durstes, da ist Nirwana, Wunschlosigkeit für immer und ewig. Wann endet nun ein Wunsch? Wenn man nicht mehr glaubt, dass durch seine Befriedigung ein dauerndes Wohl entstünde und man ihn deshalb immer wieder verneint und dadurch schließlich ganz auflöst. So hat jeder Wunsch sein eigenes Erlöschen, sein eigenes Nirwana. Ist ein einzelner Wunsch wirklich endgültig aufgelöst und nicht nur in die Latenz gegangen, dann ist in Bezug auf diesen Wunsch eine Wunschlosigkeit eingetreten. So ist demnach das vollkommene Nirwana als Versiegung aller Wünsche nicht essentiell, sondern nur graduell von der genannten echten Auflösung eines einzelnen Wunsches unterschieden. Und darum kann man von einem relativen und einem absoluten Nirwana sprechen, wobei das Relative nichts anderes ist als die Vorstufe und allmähliche Annäherung an das Absolute. Dies wird besonders deutlich ausgedrückt in Anguttara 9, 50. Man spricht da, o Bruder, von einem relativen Nirwana. Was aber, o Bruder, hat der Erhabene darüber gesagt? Da, o Bruder, gewinnt ein Mönch die erste Schauung. Das hat, o Bruder, der Erhabene als das relative Nirwana erklärt. Das Gleiche wird auch von den noch höheren Vertiefungen gesagt, deren jeder eine Aufhebung von bestimmten Trieben darstellt. Erst der heilige Jünger kommt durch das Pflegen der rechten Anschauung dazu, alle Wünsche allmählich aufzulösen und kommt so zur vollkommenen Erlöschung. Der Weg zum Nirwana Bevor nicht geklärt ist, was unter dem Begriff alle Wünsche zu verstehen ist, lässt sich die vollkommene Wunschlosigkeit des Nirwana auch nicht anstreben. Man denkt nämlich bei Wünschen, Durst, Mangel und Bedürfen fast nur an die Triebe des gewohnten Lebens und entsprechend wird Nirwana zum Wohlbefinden des Epikureas. Die Gesamtheit der Wünsche, die im Nirwana aufgelöst ist, reicht aber sehr viel weiter. Sie lässt sich in vier Stufen erfassen, nämlich als beschränkte Endlichkeit, unbeschränkte Endlichkeit, beschränkte Unendlichkeit und unbeschränkte Unendlichkeit. Das ist wie folgt zu verstehen. Erstens Die gröbsten Wünsche sind die, die auf Kosten anderer etwas erlangen wollen, die bösen Wünsche. Sie werden überwunden durch Tugendübung, durch Wohltätigkeit, durch Wohlwollen statt Genießen wollen. Dabei werden zwei Arten von Wünschen überwunden. Erstens die Übelwollenden und zweitens auch die sinnlich Habsüchtigen. Das relative Wohl relativer Wunschlosigkeit, das dabei entsteht, lässt sich als beschränkte Endlichkeit kennzeichnen. Es ist noch an die Endlichkeit von Zeitlichkeit gebunden und es ist noch abhängig von sinnlichen Gegenständen. Insofern ist es also beschränkt. Immerhin kann das nicht der Untugend bereits den ersten Grad echter Wunschlosigkeit offenbaren. Zweitens Weit tiefer reicht schon der Wunsch, überhaupt ein Werkzeug zu haben, mit dem man Welt erleben kann. Das sinnliche Wünschen an sich Auch wenn ich nichts mehr in der Welt ändern möchte, nichts Besonderes wünsche, völlig genügsam bin und das ist ein weiter Weg, so bleibt doch noch der Wunsch nach Vielfalt, der Wunsch nach Tätigkeit der Sinne. Aber je stärker das innere Wohl der Tugend wird, umso mehr wird man auf das Herz aufmerksam, sodass man den Leib als Werkzeug der Welterlebnisse weniger wichtig nimmt. Er rückt mehr nach außen. Je reiner das Herz wird, desto wohler wird dem Leibe. Das ist die Schauung als unbeschränkte Endlichkeit, als relatives Nirwana. Hier enden wieder zwei Arten der Wünsche. Welt erleben wollen und den Leib als Werkzeug dafür festhalten wollen. Drittens. Aber auch das Sich-Zurückziehen auf die reine astrale Form ohne Grobstofflichkeit ist noch an die Wandlung des Formelementes gebunden. Das Wünschen denkt noch in den Dimensionen der räumlichen Form, wie zum Beispiel Brachma. Jetzt muss das Denken in den Strukturen der Formhaftigkeit entlassen werden. Das heißt, es müssen die letzten Inhalte der Endlichkeit entlassen werden. Form ist Störung der Unendlichkeit. Formdenken müssen hält fest am Wandelbaren. Ist der Wunsch nach Form überwunden, dann ist das Herz formfrei, ist unendlich, an, anta, wenn auch noch beschränkt. Die beschränkte Unendlichkeit ist noch beschränkt durch vier Wünsche. Unendlichen Raum zu denken, unendliche Zeit zu denken, überhaupt Etwasheit zu denken, Etwasheit loslassen zu denken. Viertens Erst wo auch das Denken, das noch etwas entlassen will, entlassen ist, da ist die unbeschränkte Unendlichkeit. Das ist das vollkommene Nirvana zu Lebzeiten. Da ist das Herz völlig wunschlos, braucht nichts mehr zu läutern, denn alles Vergängliche ist entlassen. Das Herz ist frei von jeglichem Fühlen-Wollen, ist in unverletzbarer Unverletztheit. Alles, was früher Verletzbarkeit eines Ich war, ist jetzt objektiviert, ist außen oder uneigen geworden, so wie eine Schlange ihre alte Haut, die sie früher ganz zu sich zählte, abstreift und nun als fremden Gegenstand ansieht, mit dem sie nichts mehr zu tun hat. Die Haut, das sind die Dinge des Erlebens, auf die sich alle Wünsche bezogen, um dabei Wohl zu erlangen. Nun aber hat das Herz ein vollkommenes Wohl, das nicht von irgendeiner Erscheinung abhängt. Daher sind die Erscheinungen jetzt entbehrlich. Der Heilige schaut alles mit vollendetem Gleichmut als Objekt an. Von tausend Teufeln und tausend Schmerzen wird er nicht entsetzt. Von tausend Brachmaß und Wonnen nicht entzückt. Alles Entstehen, Vergehen, alles Vergänglich Leidige ist ihm uneigen, nicht ich. Damit gibt es keine Last mehr und nichts Lästiges. Es gibt nur noch fremde Erscheinungen. Der Heilige hat mit allen nur Mitgefühl. Er führt seinen Leib zur Ruhe und er führt andere Wesen zur Ruhe. Aber alles ist für ihn wie reißig im Walde. Wird es weggetragen, dann wird nicht er weggetragen. Es ist sehr schwer, diesen Zustand des Heiligen aus unserer Heilsferne heraus zu beschreiben. Dass der Heilige sich zum Beispiel eine Schauung gönne, halten wir für selbstverständlich. Aber dass er andere Wunschlosigkeit lehrt, erscheint uns mehr oder weniger eigenartig. Wenn doch alles Traum ist, warum belehrt der Heilige wesenlose Schemen? Aber Heiligkeit besteht gerade in der Aufhebung der Unterschiede von Ich und Anderen. Wo Erlösung davon ist, da bleibt nur Mitgefühl für die Traumgebilde innen und außen als die dem Traum gemäße Reaktion. Erlösung Untertitelung des ZDF, 2020